Ich weiß nicht, ob ich. Mama! Mama! Das ist cool, was du so spielst. Ich weiß nicht. Das ist nur nicht so oft. Was ist denn? Weil mit den Schiffen... Guck mal, da haben wir einen Punkt. Weil er noch mit den ganzen Fahrzeugen umzuspielen. Weil mit dem Schiff da... Aber am besten ist es, wenn man gar nicht mit Klekenfiguren spielt. Du weißt, was man da reinkommen könnte? Zu legen... Ähm... Ich schaue die Stadt von mir da unten. Da drehe ich es. Ups! Ah, da ist ein Auto drin. Da liegt ein Auto drin. Was ist das? Da liegt ein Auto drin. Und Container. Und... Tonnen Schiffe. Taufer! Taufer und Fontäner. Bisschen lauter sauber. Und da liegt ein Auto. Da liegt ein Auto. Ja, Mama, und schau mal her. Da ist ja... Mama, der ist sauber. Da liegt ein Auto drin. Aber ich war jetzt ein bisschen reinsprichend. Und ein Tänfen. Fürchterin. Und Orca. Und ein Orca. Schüttere Unsinn. Das ist mir leider zufrieden. Glauben Sie? Ah ja. Dein Papier. Was credited sie? Das stimmt sie ja. Deine Unsinn. Per lynekite soweit. Verm Antonio D겠다. D ugh Fraser und gibt. R виier. censt mir girlfriend. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. thirty.